Willkommen zurück bei Horizon. Ich vermute, es ist Part 11. Aber muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Wochen nicht gespielt. Ich muss zu Jun zurückkehren. Okay. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was ich hier mache. Aber es wird schon wieder werden. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt irgendeine Nebenquest war oder... Hä, wo ist denn Jun jetzt? Ach hier. Hi. Was ist denn jetzt hier mit der Grafik passiert? Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Also, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich ja so einen Mod, dass das auf diesem großen Bildschirm gezeigt wird. Aber es sieht aus, ob die das jetzt wieder gestaucht hätten und die sehr schmal ist. Es ist schon seltsam, dass du Ausgestoßene so hast, John. So ganz allein hier dreist, bist du praktisch selbst einer. Oh, er heißt John und nicht du. Ich bin sehr gern allein. Schön für dich, denn ich sehe niemanden, der dir wegen deiner Gesellschaft die Tür einrennt. Bis auf Ausgestoßene die Traumweide wollen. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Schmach und Schmerzen begibt dich zum roten Echo. Ne, ich glaube, das ist... Achso, ja, das ist ja das Spiel, wo Enter das Menü ist. Äh, was machen wir denn jetzt? Offene Quests. Hauptquest. Nebenquest. Können wir noch nicht machen. Oh, sorry, Telefon. Ähm. Die Suche von... Vor den Toren. Machen wir das doch einfach mal. Ich bin Stufe 11, das heißt, ich bin eigentlich noch zu gering dafür. Ich habe aber gerade nichts anderes, was ich machen kann. Wie rennt man nochmal? Ah, so. Irgendwie, angeblich soll das jetzt verfilmt werden. Ah, guck mal, da ist eine Seilrutsche. Die könnte ich benutzen, wenn ich da irgendwie hinkomme. Mhm. Kann man sich hier abseilen? Ja, kann man. Boah, was ist das für ein unschilliges Abseilen. So. Genau, jetzt muss ich hier wieder hoch. Und jetzt nehmen wir die Seilrutsche. Boah, ich habe jedes Mal Angst, dass das nicht klappt und dass man dann irgendwo gegenknallt. So, da ist noch eine Seilrutsche. Die würde ich jetzt tatsächlich nochmal nehmen. Ja, das macht doch Spaß. Und da ist schon wieder... Oh, das war ein elegantes Abrollen. Oh, oh, oh. Hi, Pflanze. Was ist das? Ein Stein. Habe ich aber genug von. So, ich glaube, hier will ich wieder die Seilrutsche nehmen. Ach shit, ich muss ja jetzt auch wieder aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Tiere sind. Okay, das bringt auch gar nichts. Ich hätte die auch einfach... ...lassen können. Vor allen Dingen habe ich irgendwie gerade Tiere gehört. Wie ist man nochmal lautlos? Gar nicht, ne? Man kann sich nur in Blumen verstecken. Komm, hier werden keine Tiere sein. So kurz vor Mutterherz. Ah, Mutterkrone. Sorry, ich habe die Städte verwechselt. Ja, komm. Nehmen wir das hier. Ah, guck mal, da gibt es noch eine neue Nebenquels. Die hole ich mir jetzt erstmal ab. Was ist passiert, Jägerin? Geht es dir gut? Oh, ich bin dankbar für die Wunde. Das war eine gute Lektion für mich. Und du solltest auch draus lernen. Und zwar? Ich jagte einem Graser hinterher, so fixiert auf die Beute, dass ich nicht auf den Weg achtete. Bis ich dann genau vor einer Brutstätte stand. Eine Brutstätte? Was ist das? Ah, du stammst aus dem Becken. Da gibt es so etwas nämlich nicht. Eine Brutstätte ist sowas wie eine Art Tür. Niemand weiß, was dahinter ist. Es heißt, dort werden Maschinen gemacht. Oder dass es Höhlen des Bösen sind, wo die Geister der Metallteufel hausen. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Wie auch immer. Sie sind verboten. Wo ist diese Brutstätte? Das solltest du nicht wissen. Ah ja, warum redest du dann davon? Ein kluges Köpfchen. Nur nicht klug genug, um auf Warnungen zu hören. Schön, wie du willst. Ich hab's versucht. Es ist im Norden, hinter den Rotdornen, in der Wand eines Berges. Aber denk dran. Ich habe dich gewarnt. Ähm. Wenn das jetzt besser ist. Oh, wie viele Nebenquests sind denn hier? Neue Quests. Also wir werden jetzt erstmal die ganzen Quests einsammeln. Das ist so ein bisschen nervig, das hier sortieren. Weil das machen wir natürlich als nächstes, weil da mussten wir nicht so eine hohe Stufe haben. Sie ist eine Sucherin. Komm her, Mädchen. Lass dich mal ansehen. Ja, komm. Wir holen erstmal alle Nebenquests hier ab, um uns aufzuleveln. Du bist die Sucherin, die, die ausgestoßen war. Meine Jagdgesellschaft, sie ist... Du hast die Mörder bekämpft, nicht wahr? Die von dem Angriff bei der Erprobung. Du hast viele Leben gerettet. Ich wünschte, ich hätte alle gerettet. Hast du... Hast du... Wie weit bist du den Mördern gefolgt? Worauf willst du hinaus? Fürchtest du, deine Jagdgesellschaft wurde getötet? Es gibt Schlimmeres, als getötet zu werden. Ich habe keine Lust, jetzt mit denen zu reden. Sprich offen. Finde meine Freunde. Wir wollten die korrupten Maschinen unbedingt bekämpfen und merkten nicht, dass wir am Rand der Ruinen waren. Du bist eine Sucherin. Du bist befugt, Teufelsdurst zu betreten. Aber bitte, hab Mitleid mit uns. Verrate nicht, dass wir dort waren. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, glaub mir. Mal sehen, ob ich deinen Freunden helfen kann. Okay. Wir gucken uns nachher alle Quests an und entscheiden dann, welche wir machen. Wir müssen jetzt auch erstmal noch mal speichern. Sie sind überall. Göttin, vergiss die unglaublichen Mörder und die Entstammung, wo auch immer sie herkommt. Ja, schnell speichern reicht. Dann gehen wir mal zu der Hütte, gucken, was er möchte. Kriegerin, Mutterkrone könnte deinen Bogen gebrauchen. Ich? Bist doch eine Kriegerin, oder? Wir brauchen Eber heute. Unser Näher pflegt sich an Mänteln und Rüstung die Fingerwund. Im Osten gibt es viele Eber hinter den Wasserfällen. Da treibt sich eine Maschine herum. Als ich sie sah, ließ ich die Beute fallen, lief in Deckung, spannte den Bogen, aber dann... Es ist keine Schande, überlebt zu haben. Nein, es... Mein Ring hatte sich gelöst. Mein Glücksbringer in der Wildnis gehörte meiner Muttersmutter vor langer Zeit einer Maschine aus dem Rachen entrissen. So sehr vertraust du auf einen Ring? Nach allem, was passiert ist, brauche ich Glück ebenso sehr wie der Stamm diese heute. Mal sehen, was ich finde. Kannst du helfen? Wäre ich dir dankbar. Ich bin am Lagerfeuer, wenn du zurückkommst. Alles klar, auch das können wir nachher gerne machen. Oh, du bist... die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich hab kein Interesse. Ich hab wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreff-Jagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay, dann... Näh, das mache ich bestimmt jetzt erstmal nicht. Gutstätten. Stufe 8 kann ich machen. Ja, die Aufträge sind auch gut. Genau. Ähm. Kann ich hier was verbessern, oder was? Das ist doch der, den ich ausgerüstet habe, oder? Ja, ist mir jetzt auch egal. Modifizieren. Ja, okay. Verstehe ich jetzt gerade erstmal. Ah, ich habe drei Punkte, die ich noch... Ja, das will ich haben. Fertigkeit erlernen. Jetzt habe ich noch einen. Aber ich habe keine Lust zu reiten. Aber kann ich ja... ...dennächst irgendwann machen. So, jetzt... ...wollte ich auf der Karte gucken. Nee, hier sind jetzt keine Nebenquests mehr. Da gehe ich jetzt einfach mal hin. Aber vorher wollte ich nochmal zum Händler gehen, gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich hoffe, du kaufst es. Ich hoffe, du kaufst es. Gefällt dir? Verkaufen. Ähm. Waffen will ich nicht verkaufen. Rohstoffe. Was ist das? So, immer wenn man das irgendwie verkaufen kann, verkaufe ich das. Brauche ich für Herstellung? Verkaufe ich mal ein paar. Weil ich habe nicht mehr genug Kapazität. Feuermunition. Heiß Munition. Das Set. Was ist das? Fleisch brauche ich noch. Zünder brauche ich noch. Komm, den Scheiß hier verkaufen wir komplett. Verkaufen einfach alle. Ja. Modifikationen habe ich noch genug. Klamotten habe ich noch genug. Also eigentlich ist immer nur bei Rohstoff bei mir ein bisschen doof. Alles, was ich als Herstellungsmaterial brauche, möchte ich nicht verkaufen. Ach komm, dann lassen wir es so einfach jetzt erstmal. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Hm, wäre schön. So, ich glaube langsam komme ich auch wieder rein. Gut. Habe ich ein Reittier eigentlich schon? Nein. Hörst du da lose Menschen. Sie ist zurück. Oh nein, ich bin zurück. Ich glaube, hier war ich noch nie. Machen wir einmal manuelle Speicher. Oha, ich habe... Ist ja schon richtig langweilig, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Halber Monat. Ach, aber dann hat irgendjemand das Spiel nochmal aufgerufen. Da war nämlich vorhin ein Konflikt. Muss ich Jägersiedlung oder... Was steht da? Tagturm. Ich muss nach rechts. Ja, okay. Das wurde da unten auch angezeigt. Oh nein, nein, nein. Aufpassen. Verdorbene Zona. Was ist denn eine neue verdorbene Zona? Ja, vielleicht dann aber jetzt eher nicht. Scheiße. Er steigt mittendurch. Ich kann diese Maschine noch nicht überbrücken. Ich muss herausfinden, wie das geht. Stiller Schlag finde ich am geilsten. Ah gut, ich habe einfach alles genommen. Dann mache ich hier nochmal stiller Schlag. Ja, okay, das geht anscheinend nicht. Achso, was war das nochmal? Fokus? Ah, V. Scheiße. Ich wusste, ich hätte eigentlich nicht dagegen kämpfen sollen. Äh. Wie stellt man jetzt nochmal ein neues her? So. Gut. Ah, jetzt kann ich auch wieder Gesundheitssachen futtern. Sehr hilfreich. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Maschinen. Ich habe noch ein Lagerfeuer entdeckt. Gut zu wissen. Ich sehe es zwar nicht. Ich glaube, das hier ist nochmal Gesundheit. Das hört sich nicht gut an. Ah, doch, Lagerfeuer gesichtet. Und gefunden. Ja, komm. Hier leben aber wohl keine mehr. Ah, irgendein Fleisch. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, mein Medizinbeutel ist jetzt schon wieder voll. Oh, ich habe da irgendwie echt gar keinen Bock drauf. Was? Jagdglück. Ne, was ist denn die Quest? 3 als Geschichte überprüfen. Das mache ich jetzt auch. Alles andere? Shit. Ist mir jetzt erstmal egal. Schnell hier rein, bevor die mich sehen. Ich gehe außenrum. Ich habe keinen Bock jetzt zu kämpfen. Shit. Der hat mich fast gesehen, oder was? Ist auf jeden Fall ein Fragezeichen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ja, wäre auch besser. Wo muss ich denn hin? Ach du Scheiße. Ich gehe auch echt in den Schrottweg. Was ist hier? Verdorbene Zone. Ne, da sollte ich echt noch nicht rein. Da muss ich hin. Okay. Und an sich ist der Weg okay, den ich gehe. Ich laufe zwar den totalen Scheiß-Umweg gerade. Wo, 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 wo. Wo steht, wo ich hin muss. Hier hin. Ja, komm, wir laufen den richtigen Weg. Ist egal. Wir nehmen jetzt nicht diese Kack-Abkürzung dadurch. Die Tiere. So, nochmal Fleisch. So, wieso konnte ich die Pfeile jetzt nicht wieder rausnehmen. So. Oh shit, da war wieder eine Maschine. Ich folge jetzt einfach dem Schluss. Oh fuck, 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 fuck. Da sind schon wieder überall Maschinen. Gut, ich lasse sie jetzt einfach vorbeilaufen. Ich bin ja hier schön versteckt. Oh man. Jetzt lauf doch weiter, bitte. Hier gibt's nichts zu sehen. Okay, das musste jetzt sein. Sorry. Sorry. Okay, die Maschinen laufen jetzt einfach weg. Ich geh jetzt hier oben drüber. Äh. Mist, die sind hier unter mir. Finde den Eingang. Ach, ich bin schon da. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. So, ich muss jetzt warten, bis sie mich nicht mehr sehen. Scheiße, hier sind echt viele und ich hab nicht gespeichert. Da muss ich rein. Ich glaub, da kann man reingehen. Jetzt muss ich kämpfen. Ach du Scheiße. Also, ich bin von hier aus zu kämpfen, finde ich gar nicht so schlecht. Okay, der rennt jetzt einfach weg. Dann neue Pfeile herstellen. So, jetzt kämpfe ich nicht, jetzt renne ich. Ja, jetzt renne ich hier einfach hin. Auch wenn ich die jetzt nicht gelootet hab, ist mir egal. Schnell! Oh, danke. Bevor die jetzt reinkommen. Oh, Scheiße. Wie kann man so dumm sein? Okay, das hat ja schon mal funktioniert. Kann ich jetzt bitte irgendwann mal zwischenspeichern? Nein, sei dich doch nicht in sowas ab. Gutstädter, er kommt. Also, draußen sind Tiere. Ich glaub nicht, dass hier unten Tiere sind. Ich bin in einer. Keine Ahnung, was das hier soll. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Warum war hier eine Maschine, frage ich mich. Was haben die hier gemacht? Nicht, dass hier noch mehr kommen. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin? 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 Okay. Ja, okay. Die Gesundheitsdinger sehen ja anders aus. Ganz kurz. Kann man? Haben wir hier auch eine Karte? Ja, haben wir. Aber hier gibt's anscheinend kein Lagerfeuer. Okay, hier komm ich anscheinend irgendwo wieder raus. Ich habe Angst. Ja, wieso kommt ihr hier nicht hoch? Hoch. Achso. Okay, wir gehen da einfach mal wieder rein. Noch nicht so ganz geguckt, was man hier erkunden soll. Hier lang bin ich gekommen, oder? Hey, komm ich jetzt hier nicht mehr raus? Geht doch. Ja, es sieht irgendwie so aus, ob man da nicht lang soll. Okay. Dann geht's mal wieder hier rein. Ja, hier kam ich auch eher her. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Kann man das irgendwie benutzen? Irgendwie eine Ebene höher kommen? Ich erkunde das hier schon die ganze Zeit, aber ich weiß nicht so ganz, wo ich lang muss. So, gehen wir mal wieder raus hier. Vielleicht einfach mal hier einen anderen Gang nehmen? Irgendwie scheint es hier nur eine Richtung zu geben. Und da kann man lang. Das hier hatte ich eingesammelt. Und da kann man nicht wirklich lang. Ja, komm, dann geht's jetzt einfach mal hier lang. Ich glaube, das war nämlich eigentlich schon ganz okay. Und die Richtung war anscheinend richtig. Und dann habe ich es nur da gerade vorhin nicht verstanden, wo es dann weitergeht. So, jetzt bin ich wieder hier. Irgendwie hier hoch. Was ist das denn da? Irgend so ein Ablenk? Was soll ich denn hier machen? Okay. Die Dinger abschießen. Bringt auf jeden Fall... ...Punkte. Weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Da habe ich ja schon geguckt. Die beiden Dinger habe ich jetzt zerstört. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal. Doch nochmal hier. Da war doch irgendwo ein Gang. Ja, hier. Gehen wir jetzt... Geh jetzt mal hier lang. Und was muss man jetzt machen? Hier wieder rein. Ah, und jetzt hier hoch. Das habe ich vorhin nicht gesehen, dass man hier hoch kann. Okay. Und liebe Leute, an der Stelle kurze Pause, weil ich muss mal und nachher geht es im nächsten Part weiter. Bis dann. Tschüss.